Was ist das für eine besondere, schöne Kutte heute? Ja, also die habe ich mir gemacht. Tatsächlich immer nur für die zwei Spiele, Schalke und Nürnberg. Hier sind nur Freundschaftsaufnehmer drauf, nur Schalke und Nürnberg-Aufnehmer. Und woher kommst du? Ich komme aus Hessen. Bin eigentlich Schalke-Fan, also ein Schalke-Fan. Und automatisch ist man natürlich auch Nürnberg-Fan. Gut, aber als Hesse merkt man das auch, dass das was Besonderes ist, die Schalke-Club-Freundschaft. Ja, definitiv. Also das ist auch für mich eine einmalige Freundschaft deutschlandweit. Jetzt hast du hier noch was besonders Schönes. Ist das gehekelt oder gestrickt, dieser Becher? Ach, der Becherhalter, der ist gehekelt, ja. Also eine gehekelte Bierbecherhalterung. Genau, und vorne ist da unser Kuttenaufnehmer drauf. Glück auf Kutten-Schalke, 1904. Und für was stehen die beiden Buchstaben? Gelsenkirchen. Ach, Gelsenkirchen. Ach, das ist Gelsenkirchen. Aber du wolltest mir was anderes zeigen, einen besonderen Aufnäher? Nee. Oder es sind alles besondere Aufnehmer? Nee, das sind alles alte, besondere Aufnehmer. Und auch sogar ein PIN. Ja, PINs gibt es auch. Genau, PIN gibt es auch, genau. Also das ist ja wirklich hier die volle Fan-Freundschaftsausstellung. Und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Fußballspiel heute. Die Begegnung Schalke gegen Nürnberg. Jawohl. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.